Wer hat Angst vor dem Gespenst? Von Tim Time Ein Geist geht um. Er sucht unser Dorfheim. Alle spüren ihn, aber niemand nimmt ihn wahr. Ich selbst bin mir nicht sicher, ob ich fantasiere oder ein reales Phänomen verspüre. Ob ich den Geist gesehen habe? Oh nein. Grundgütiger nein. Und ich bete zu Gott, dass das so bleiben mag. Aber nachts stelle ich mir vor, wie er um die Häuser streicht und durch die Dachritzen pfeift, gelegentlich durch eine der Wände und Mauern huscht, um sich im Inneren ein Opfer zu erwählen. Bis vor kurzem hatte ich das als Spinnerei meinerseits abgetan, doch vor ein paar Nächten hörte ich mein Kind im angrenzenden Zimmer schluchzen und wimmern. Ich saß direkt aufrecht und schweißgebadet im Bett, überlegend, ob ich es geträumt oder tatsächlich vernommen hatte. Als ich die Tür zum Zimmer meiner siebenjährigen Tochter öffnete, lag sie im Bett, daumenlutschend, mit gerunzelter Stirn. Dieses wunderschöne Gesicht, das ich mehr liebe als alles andere auf der Welt, von Sorgen verzerrt. Lisbeth schien in dem Moment in einer anderen Welt zu sein, in einer düsteren, in der man vor Dunkelheit kaum etwas sehen kann, außer vielleicht ein paar gelbe Augen, das einen aus dem Nichts anstarrt. Ich blickte mich um. Die Vorhänge am Fenster, das wegen des ungewöhnlich heißen Sommers offen stand, leicht rauschend, obwohl kein Lüftchen wehte. Und erst heute Morgen hatte ich das Gefühl, das Gesicht des Bäckers sei bleicher als sonst. Als ich ihn darauf ansprach, versicherte er mir, alles sei gut. Es ginge ihm prächtig. Doch die Pause, die er gelassen hatte, war zu lang gewesen. Und es hatte etwas Nachdenkliches, etwas Leeres in seinem Blick gelegen, als würde er sich beinahe an etwas erinnern, das so schrecklich war. Dass er sich entschied, es doch lieber tief in der Verdrängung seines Unterbewusstseins zu lassen. Und das Gleiche konnte ich bei unzähligen anderen Menschen beobachten. Wir haben alle Angst. Etwas treibt sich um. Der Geist nagt an uns, labt sich an uns, frisst uns innerlich auf. Es ist wie eine Epidemie, die von den Menschen nicht wahrgenommen wird, die nicht greifbar ist, nächtelang habe ich schon am Fenster gestanden, vom Schlaf gemieden, ausschauhaltend, die leere, dunkle Straße vor mir liegend. In solchen Momenten höre ich nichts. Alles ist still. Alles ist still, verlassen, wie nach einer tatsächlichen Epidemie, die den ganzen Ort mit sich genommen hat. Nur von fern kann ich dann ein Rauschen vernehmen, nicht so sanft und beruhigend wie der Wind, eher bedrohlich und beunruhigend, wie weiße Leintücher, die um die Häuser streifen. Irgendetwas stimmt nicht in dieser Stadt, sage ich, mit den Füßen über den staubigen Holzboden unserer Küche scharrend und den Bauern über das Schachbrett schiebend. Sicher, antwortet mein Nachbar, auf einem Schemel an unserem Tisch sitzend, wo er jeden Nachmittag sitzt. Sein Springer schlägt meinen Bauern. Ich, aufblickend, du spürst es auch? Er, locker, na klar, wer nicht? Du bist übrigens dran. Was hast du gesehen? Hab was gesehen und was nicht. Ich schaue fragend. Armut, das hab ich gesehen. Deinen nächsten Zug hab ich nicht gesehen. Soll ich ihn für dich machen? Gibst du schon auf? Ich, ich hab heute den Sohn vom alten Deller gesehen. Du weißt schon, der Bäcker sah gar nicht gut aus. Hat er das je? Kreidebleich war der. Irgendwas stimmt hier nicht. Du hast ihn nicht gesehen. Zum Glück, dieser Nichtsnutz. Stille. Ich lehne mich zurück. Seifzend. Wie geht's deinen Kindern? Wie soll's ihnen schon gehen? Hoffe, sie erleben bald einen anderen Bürgermeister. Was ist jetzt mit deinem nächsten Zug? Das gleiche Gespräch habe ich in der Mittagspause mit meiner Assistentin in der Apotheke geführt. Ich fühle mich wie damals als Kind. Wenn ich beim Abendessen von meinen Abenteuern nach der Schule erzählen wollte, keiner hört mir zu. Jeder biegt das Gespräch in eine andere Richtung. Wenn es nicht die Armut oder der Bürgermeister ist, sind es die Kinder, die zu frech, oder die Jugendlichen, die zu dumm sind. Und wenn alle anderen Themen ausgeschöpft sind, kommt das Wetter. So trocken war es ja noch nie. Das ist, was nicht stimmt. Die Felder vertrocknen uns. Wovon sollen wir leben? Nacht. Ich stehe am Fenster, kann wieder nicht schlafen. Doch irgendetwas zieht mich, lässt mich in meine Schlappen schlüpfen. Ich stehe jetzt draußen auf der Straße. Die Wärme des vergangenen Sommertages drückt sich auf mich, lässt mich merkwürdigerweise zittern. Ein Huschen, ein Blitzen. In der Ferne am Ende der Straße war ein weißer Schleier um die Ecke geweht. Oder hatte ich mir das nur eingebildet? Langsam, wie auf Rädern, bewege ich mich vorwärts. Immer schneller. Ich biege um die Ecke, an der ich eben etwas zu sehen geglaubt hatte. Doch da ist nichts. Ich gehe weiter, ohne eine Ahnung zu haben, wonach ich suche, doch nicht etwa nach dem Geist. Eine unnatürliche Stille liegt über dem Dorf. Absolut nichts ist zu hören. Die Stille drückt sich mir auf die Ohren. Ich biege um eine weitere Straßenecke und sehe etwas Lebendiges. Ein Kind, das hinter einem Zaun im Vorgarten sitzt. Ein Kind, mitten in der Nacht. Es hat die Beine angewinkelt und den Kopf in den Armen vergraben. Ich gehe hin und frage das Mädchen, was es denn hat. Bevor mir klar wird, wie das wirken könnte, ein erwachsener Mann, der mitten in der Nacht mit einem kleinen Mädchen redet, antwortet es ohne jede Scheu, Ich habe solche Angst. Wovor hast du Angst? Frage ich. Ich weiß es nicht, antwortet das Mädchen aufschluchzend. Wenn ich ihre glänzenden Augen sehe, erinnert sie mich an meine Lisbeth. Es ist wie ein Krummeln in meinem Bauch. Drinnen ist es ganz schlimm, weil meine Eltern auch komisch sind. Ich glaube, sie haben auch Angst. Und hier draußen ist es nicht viel besser und es macht mir noch viel mehr Angst. Ich weiß genau, wovon das Kind redet. Unter freiem Himmel zu sein, hilft normal gegen jede Angst. Aber heute nicht. Ich weiß, was du meinst, sage ich und lege dem Mädchen eine Hand auf die Schulter. Darf ich dir was sagen? fragt sie nach einem Moment der Stille. Klar, antworte ich. Ich weiß doch, warum wir Angst haben. Es ist ein Gespenst hier. Hier in der Stadt. Erst dachte ich, dass ich deshalb drinnen bleiben muss, aber es macht keinen Unterschied. Das Gespenst kann auch reinkommen. Sie schaut mich an, als befürchte sie, ich würde sie nun auslachen. Aber das tue ich nicht. Ich antworte bloß. Ich weiß. Hast du das Gespenst gesehen? fragt sie mich. Nein. Zum Glück nicht. Ich schon. Ich schaue das Mädchen an. In der Ferne habe ich es gesehen. Ich bin stocksteif geworden. Hab gedacht, dass ich mich nie wieder bewegen kann. Und ich hab erst wieder aufatmen können, als es schon ganz lange wieder weg war. Wie hat es ausgesehen? Frage ich atemlos. Die Kleine starrt mich an. Dann schaut sie in die Ferne und wieder zu mir. Ich weiß es nicht mehr. Und ich will mich auch nicht daran erinnern. Wir schweigen. Nach einer Weile sage ich, wollen wir einen Spaziergang machen? Das ist wahrscheinlich eine dumme Idee. Furchtbar dumm. Wenn uns jemand sieht. Das Mädchen starrt mich erschrocken an. Und was, wenn aber das Gespenst kommt? Dann laufen wir davon, sage ich in dem Tonfall wie bei dem alten Kinderspiel. Wie erhofft muss das Kind lächeln. Wie heißt du? fragt sie. Nathan, sage ich. Und du? Das ist ja lustig. Wieso? Ich heiße Hannah. Unsere Namen sind beide rückwärts ausgesprochen das gleiche. Das heißt, ähm, Pal, Irgendwas mit Pal. Ich wusste es mal. Palindrom, sage ich. Woher weißt du denn sowas? Von Mama. Hannah steigt geschwind über den Zaun und wir gehen los die Straße entlang. Wir sagen dabei kein Wort. Es ist genauso still wie eben. Nur unsere Schritte auf dem Asphalt sind zu hören und werden von den Häuserwänden zurückgeworfen. Klapp, 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 Ich kann mich nicht erinnern, meine Schritte gehört zu haben, als ich noch allein unterwegs gewesen war. Ich werfe einen Blick zu Hannah. Irgendwie ist sie mir schon jetzt ans Herz gewachsen und ich habe dieses unbändige, väterliche Gefühl, sie beschützen zu wollen. Das lässt mich an Lisbeth denken. Ich hoffe so sehr, dass sie noch schläft. Und zwar friedlich. Und dass ihre Mutter bei ihr ist. Ich schaue wieder zu Hannah. Ich merke, dass ich sie gerne unter fröhlicheren Umständen kennengelernt hätte. Ich hätte sie gerne erlebt, wie sie begeistert bei Sonnenschein durch den Garten tollt und Schmetterlinge jagt. Aber leider, ich spiele übrigens gerne Fußball. Hannahs Worte reißen mich aus meinen Gedanken. Immer mit meinen Freunden nach der Schule, auf dem Bolzplatz, hinterm Spielplatz. Ich will eigentlich in einen Verein, aber das darf ich erst, wenn ich zehn bin, sagt Mama. Und das sind noch drei Geburtstage. Sie schaut missmutig. Dann sagt sie, Und du? Was machst du gerne? Ich sage erst nichts. Bin fasziniert von der Leichtigkeit, mit der Hannah gerade jetzt über das Leben reden kann. Das ist wohl so eine kindliche Superkräft. Ich, beginne ich, reißbere mich. Ich spiele nachmittags gern mit meinem Nachbarn Schach. Kennst du Schach? Klar, sagt Hannah. Das spiele ich auch gern. Ich ziehe dabei immer meinen Opa ab. Und er hat mir sein Ehrenwort gegeben, dass er mich nicht absichtlich gewinnen lässt. Sie grinst stolz. Fünf Minuten später öffnet sich am Straßenrand eine Haustür einen Spalt breit und der Kopf eines Jugendlichen wird herausgestreckt. Einen Augenblick später taucht ein zweiter Kopf auf, der eines Fünfjährigen vielleicht. Wer seid ihr? fragt der Ältere. Seid ihr das Gespenst? flüstert der Jüngere. Nein, grinst Hannah. Und wenn es aber kommt, dann laufen wir davon. Wir können nicht schlafen, weil wir Angst haben, sagt der Kleine. Die beiden Jungen schließen sich uns an und spazieren mit durch die Nacht. Der Ältere heißt Justus und sein kleiner Bruder Antonio. Mit der Zeit schließen sich immer mehr Leute an, die auch keinen Schlaf finden und uns zufällig vorbeispazieren sahen. Meistens sind es Kinder oder Jugendliche. Oft ältere Kinder, die kleine Geschwister dabei haben. Aber manchmal auch Erwachsene. Unter ihnen sind die meisten schon im Alter meiner Eltern und Hannas oder Lisbeths Großeltern. Als es schon eine Gruppe von 30 bis 40 Leuten sind, fallen mir erstmals die vielen Sterne am Himmel auf. und ich frage mich, ob sie schon da waren, als ich noch allein unterwegs gewesen war. Vor Hannah und mir geht ein alter Mann, der einen kleinen Jungen in den Armen trägt. Ist das dein Enkelsohn? Frage ich den Mann. Nein. Der Alte klingt angespannt, erschöpft. Er ist mir quasi zugelaufen. Wie das? Frage ich. Ich war gerade in der Küche gestanden und versuchte nicht zu implodieren. Diese Anspannung durch die Angst und die Schlaflosigkeit. Du weißt. Jedenfalls ist mir dieser fremde kleine Junge direkt gegen das Fenster gelaufen. Ich sehe nur gerade noch, wie er auf mein Haus zurennt, wollte gerade die Tür aufmachen, da haut es ihn glatt gegen meine Fensterfront. Wie ein kleiner Vogel, der die Scheibe nicht sieht. Ich bin direkt nach draußen und habe ihn reingeholt. Er hat ganz hysterisch geschluchzt. Irgendwann hat er sich in meinen Armen beruhigt, hat mir erzählt, dass er Matze heißt. Dann seid ihr vorbeigekommen und ich dachte mir, dass es das Beste ist, was wir tun können. Ein bisschen mit anderen Menschen gehen. Vielleicht können wir dann ja die Angst hinter uns lassen. Ich denke wieder an meine Lisbeth. Aber wenn sie aufwacht und Angst bekommt, ist ja noch ihre Mutter da. Ich drehe mich zu Hannah und frage sie, ob alles in Ordnung ist. Klar, antwortet sie. Irgendwie ist das Laufen besser, als nur alleine vor der Haustür zu sitzen. Wir schweigen wieder und ich höre zwei Jugendliche hinter uns reden. Meinst du, das Gespenst ist noch in der Stadt? Klar, was denkst du denn? Ich finde, es fühlt sich ferner an, als hätten wir es vertrieben. Das denkst auch nur du. Nein. Eine andere Stimme, die eines Mannes hat sich eingeschaltet. Ich fühle das auch. Der Geist ist nicht mehr so nah. Oder hast du nicht gemerkt, dass unsere Schritte lauter werden und die Sterne deutlicher? In dem Augenblick ertönt ein Schrei. Er kam aus einem der Häuser, an denen wir vorbeigehen. Einen Moment später wird die Tür des Hauses direkt neben mir aufgerissen. Eine Frau taumelt heraus, im Nachthemd, kurz erschrocken angesichts der großen Menge vor ihr. Dann schreit sie wieder, Der Geist! Er hat meinen Sohn mitgenommen! Sein Bett ist leer! Da löst sich ohne jede Vorwarnung Matze aus den Armen des alten Mannes und rennt auf die Frau zu. Mama! Die beiden fallen sich in die Arme. Der Alte und ich sehen uns an. Scheint so, als wäre der Junge in seiner Angst davongelaufen und hätte sich dann verirrt. Matze schluchzt in den Armen seiner Mutter. Mama! Das Gespenst hatte mich, aber ich bin davongelaufen. Alles gut, mein Schatz! Alles gut! Jetzt ist ja alles gut! Dieses Mantra wiederholt sie die ganze Zeit, während sie sich mit Matze auf dem Arm unserer Gruppe anschließt, den Kleinen in den Schlaf wiegend. Durch den Vorfall sind wir nach hinten gefallen und sind jetzt fast die Letzten in dieser merkwürdigen, mitternächtlichen Prozession, bei der mittlerweile um die 100 bis 150 Leute mitlaufen. Nach einer halben Stunde wendet sich der alte Mann wieder mir zu, komisch, dass doch so viele den Geist wahrnehmen, oder? Tagsüber habe ich immer das Gefühl, ich wäre der Einzige, der sich dessen bewusst ist. Ja, so geht es mir auch, erwidere ich. Vielleicht, beginnt der Alte, verdrängen die meisten Leute das Tagsüber nur, um dem Alltag nachgehen zu können. Plötzlich bleiben alle, Männer, Frauen, Frauen, Jungen, Mädchen, wie eine einzige Person stehen. Ein Flüstern macht sich breit. Es wird kälter, sagt eine Frau vor mir, und tatsächlich spüre ich es jetzt auch. Eine Gänsehaut kriecht an mir hoch, und ich kremple meine Ärmel hinunter. Ich spüre, wie Hannas Hand nach meiner sucht, und drücke sie fest, als plötzlich ein Rauschen zu vernehmen ist, das von überall zu kommen scheint. Die Sterne werden dunkler. Der Geist! Ein Flüstern, das sich rasend schnell durch die ganze Menge arbeitet. Stille breitet sich aus. Es wird kälter, das Rauschen lauter, Evis Hände druckfester. Laufen wir jetzt davon? Hanna klingt ängstlicher denn je. Nein. Gut. Ich will nicht weglaufen. Und plötzlich fallen Töne in die Stille. Ein Pfeifen, das von weiter vorne in der Menge zu kommen scheint. Jemand pfeift eine Melodie. Sie klingt unpassend, in dieser ängstlichen Stille, und doch so hoffnungsvoll. Doch nach ein paar Sekunden verklingt das Pfeifen. Stille. Jemand anderes nimmt es wieder auf. Zwei andere fallen ein. Das Rauschen um uns herum wird leiser, oder wird es nur übertönt? Auch Hanna und ich pfeifen jetzt mit. Der alte Mann neben uns ebenfalls. Es ist eine ruhige, aber fröhlich schwungvolle Melodie. Es lässt mich auf merkwürdige Weise entspannen. Ich spüre, dass ich in einer anderen Situation dazu tanzen würde. Das Lied wird lauter, bis schließlich die ganze Menge mitmacht. Das Rauschen um uns wird plötzlich zu einem Wind. Weiter vorne weht ein weißer Schleier um die Ecke und ist kurz darauf verschwunden. Die Melodie wird leiser, verstummt, und die Leute fangen zu schlottern an. So kalt ist es geworden. Warum pfeifen wir nicht weiter? Hannas Stimme an meinem Ohr. Ich schaue zu ihr, und sie hat die Arme um sich geschlungen. So sehr zittert sie. Ich nehme sie in den Arm und nehme die Melodie wieder auf. Hanna mit mir. Andere unterstützen uns, aber es sind nicht mehr so viele wie vorher. Und dann sehe ich es. Mir stockt kurz der Atem. Eigentlich sollten jetzt alle schreiend weglaufen. Sie tun es aber nicht. Unser Lied wird nur wieder lauter. Mittlerweile pfeifen wir fast schon hysterisch, schreiend gegen den Sturm und das, was wir sehen, an. Hannas Fingernägel krallen sich in meiner Handfläche, während wir singen, und ich innerlich hysterisch lachend denke. Wer hat Angst vor dem Gespenst? Niemand. Und wenn es aber kommt?